Liebe Mitglieder unserer Gemeinde, gerade in dieser bedrängten Zeit gibt es ganz unterschiedliche Rituale. Ich darf auch einladen, dass wir uns dem Kerzenritual anschließen, der in vielen Gemeinden auch schon vollzogen wird. Jeden Abend soll in den Häusern um 20.26 Uhr für einige Zeit eine brennende Kerze ins Fenster gestellt werden. Um 20.26 Uhr ist in der Osternacht in diesem Jahr Sonnenuntergang. Zu dieser Zeit wollen die Christen mit der Erinnerung an diese Nacht, in deren Christ die Auferstehung erinnert wird, in dieser bedrängten Zeit die Hoffnung auf Verwandlung und Auferstehung vorwegnehmen. Und sich auf diese Hoffnung einstellen. Das Aufstellen der Kerze für einige Zeit wird genutzt, um dann im Gedenken an die Kranken des Virus, die Helfer und Ärzte und alle Bedrängnis, die wir empfinden, zusammenzukommen. Zugleich leuchtet die Kerze aber aus dem Fenster, vielleicht auf die Straße, zum Nachbarn oder gar in die Umgebung, um andere zum Mitmachen aufzufordern oder auch nur, um anderen Mut zu machen. Zu dieser Aktion wollen auch wir als Gläubige unserer Gemeinde ganz herzlich einladen. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit, der Gemeinschaft und der Hoffnung. Begleitet werden könnte dieses Zeichen von einem kurzen Gebet und dem Vaterunser. Gott, unser Leben und Licht, viele Menschen haben heute Abend eine Kerze entzündet. Es ist ein Zeichen. Dein Licht leuchtet in unsere Nacht. Seit Menschengedenken ist das so, auch in dieser Stunde. Wir danken dir. Stehe allen bei, deren Leben in Gefahr ist. Schütze alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Stärke alle, die in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Du Gott bei den Menschen, wir teilen das Licht mit allen, die eine Kerze ins Fenster stellen. Es ist ein Zeichen. In dir sind wir verbunden mit Christinnen und Christen und mit vielen anderen Menschen. Eine weltumspannende Gemeinschaft. Wir danken dir. Sei allen nahe, die isoliert und einsam sind. Schenke Gelassenheit und Geduld, wo in Beziehungen und Familien die ständige Nähe zur Belastung wird. Stärke unsere Solidarität. Gott, unsere Hoffnung. Wir kommen zu dir mit Gedanken, mit Sorgen und Gebeten. Die Kerze ist ein Zeichen. Du bist da. Hier. Jetzt. Wie auch immer es weitergeht in dieser schwierigen Lage. Wir danken dir. Schütze uns. Sei den Sterbenden nahe. Führe die Verstorbenen zu deinem wärmenden Licht.